Calling All Dreamers! Hallo und ein ganz großes und herzliches Willkommen zu Disney Central Live Calling All Dreamers. Ich bin Matthias und das ist unsere allererste Episode von unserem brandneuen Podcast. Ja, schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Falls ihr uns noch nicht kennen solltet und zufällig auf diese Episode gekommen seid, DisneyCentral.de, wir sind eine News-Plattform, ein Community-Portal und mehr sind seit 2006 in der einen oder anderen Form aktiv. Und ja, wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder gehört, dass wir scheinbar ganz guten Content machen, was uns natürlich immer freut zu hören. Und dass wir aber mal überlegen sollten, auch nicht nur Artikel zu machen, nicht nur ab und zu mal Videos zu machen oder Social Media, sondern auch mal neue Wege zu probieren. Und ja, fast forward, heute sind wir bei unserem Podcast. Ja, worum wird's gehen? Es geht um alles rund um Disney, viele ganz bunte Themen, komplett durchgemischt. Es kann mal um Filme gehen, mal um Serien, mal um Parks, aber eben auch um ganz andere Themen, wie Comics, wie Spiele, sowohl Brettspiele als auch Videogames, Musik. Wirklich alles, was ihr euch irgendwie vorstellen könnt, kann bei uns Thema sein. Und genau, da freuen wir uns, dass wir euch im Grunde jeden Monat überraschen dürfen, denn ihr bekommt jeden Monat eine neue Folge. Und zwar immer am ersten Freitag im neuen Monat gibt es die brandneue Folge online, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bei YouTube ebenfalls. Und nicht nur das, denn es wird in jeder Folge auch ein anderer Co-Host mit dabei sein. Das heißt, ich werde das nicht alleine machen, sondern es wird immer eine neue zweite Stimme mit dabei sein, mit der wir dann eben in die Diskussion gehen können, damit es ein bisschen lebendiger wird, damit wir eben auch die Community vorstellen, repräsentieren und so weiter und so fort. Denn ganz ehrlich, nichts ist langweiliger als ein Monolog. Deswegen bin ich nicht hier. Und ich freue mich schon darauf, auf die ganzen spannenden Gäste, Freunde und Bekannte und neue Gesichter auch, mit denen ich sprechen darf. Und ja, dazu gibt es ab und zu mal exklusive Interviews. Spoiler Alert, da haben wir heute auch schon welche von. Es gibt Gewinnspiele und ganz ehrlich, ganz, ganz viele Dinge, die uns unterwegs noch einfallen, hoffe ich. Genau, ein großer Gruß geht auch noch raus. Einmal an Jens und Maribel von Mausgebabbel und an Bianca von Feenstaub und Mauseohren. In beiden Podcasts war ich schon ein, zwei, drei, vier Mal zu Gast und durfte ja auch ein bisschen üben. Und genau, ich freue mich einfach, dass wir da auch alle freundschaftlich unterwegs sind. Deswegen hört auch bei den Podcasts immer mit rein. Wir ergänzen uns, da gibt es keine Konkurrenz oder irgendwas. Das ist überhaupt nicht Ziel, denn wir alle haben Disney zum Hobby und darüber wollen wir reden. Und an der Stelle passt es vielleicht auch noch ganz gut, dass ich meinen Dank ausspreche. Und zwar an meine Teammitglieder von der Website DisneyCentral.de, denn die haben in den letzten Tagen, Wochen, Monaten schon sehr viele Ideen, Konzepte, technische Dinge beigetragen, beantwortet und so weiter und so fort. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich euch ein nach dem anderen ja dann auch in dem Podcast sprechen darf. Ja, so viel dazu, so viel vorweg. Und nun kommen wir doch auch direkt zum Thema der ersten Episode beziehungsweise es ist nicht nur die erste Episode, es ist technisch gesehen sogar das erste Special. Das heißt, diese Episode ist zusätzlich zu der regulären Folge, die ihr immer, wie gesagt, am ersten Freitag im Monat zu hören bekommt. Wie unterscheidet sich ein Special? Wir machen einen Deep Dive. Das heißt, ihr habt es bestimmt schon an der Länge der Folge gesehen. Ich selber weiß zwar noch nicht, wie lange sie sein wird, aber ich vermute mal, dass wir wahrscheinlich schon über eine Stunde kommen werden. Ähm, wir wollen wirklich intensiv über das Thema sprechen. In diesem Fall eben den neuen Walt Disney Animation Film Wish. Während wir uns dann in normalen Episoden, ja, ein bisschen gebündelter die Zeit nehmen und da eben nicht in Überlänge gehen. Ja, und in dieser Folge könnt ihr euch, wie gesagt, auf das Thema Wish freuen. Einerseits gibt es eine Review und Diskussion mit meinem Co-Host heute mit dabei. Und da auch der Hinweis, das Ganze ist spoilerfrei weitestgehend. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt, ähm, intensiv über einen Film sprechen, dann, äh, werden wir Dinge erwähnen. Aber wir versuchen, ähm, wirklich keine, ja, ähm, wichtigen, großen, spannenden Elemente, Twists oder sonst was, äh, vorwegzunehmen. Da könnt ihr also besorgt sein. Ähm, genau. Und zusätzlich gibt es, wie gesagt, äh, ein paar Interview-Ausschnitte. Wir haben, ähm, gesprochen mit der deutschen Stimme von, ähm, von Asha, der Hauptperson in diesem Film. Das ist die Patricia Meden. Wir haben außerdem mit, äh, dem Produzenten und den beiden, äh, Regisseuren gesprochen. Und da findet ihr in diesem, ähm, in diesem Podcast Ausschnitte. Aber die Vollversion, die findet ihr auf unserem YouTube-Kanal at disneycentral.de. Ähm, deswegen auch da gerne vorbeischauen, abonnieren und die Videos schauen. Und genau, ganz am Ende von dieser Podcast-Episode gibt es noch einen ganz besonderen Abschluss. Und zwar ein Gewinnspiel. Es gibt Wish-Fanpakete zu gewinnen. Ähm, genau. Und dazu verraten wir am Ende mehr. Heute soll es ja um Wish gehen. Und wir wollen im Podcast immer auch die Community mit einbeziehen. Deswegen haben wir schon mal vorab ein bisschen rumgefragt, wie so bei euch die Erwartungshaltung aussieht, äh, zu Wish. Worauf ihr euch freut, was eure Vorstellungen sind. Und da hören wir doch jetzt einmal kurz rein. Vermutlich auf den bösen König Magnifico. Weil, ähm, schon seit jeher in den Disney-Filmen mich die Entwicklung der Bösewichte sehr interessiert. Und ob sie im Laufe des Filmes noch böser werden oder vielleicht sogar sich zum Guten wenden. Ganz besonders freue ich mich auf Ascha, die einen Wunsch äußert, der so mächtig ist, dass er in Erfüllung geht. Und der alles verändert, dann freue ich mich auf die Sidekicks, Valentino und Star. Und natürlich auf diese großartige Musik. Ich glaube, dieser Film wird einfach magisch. Die Songs und die zahlreichen Easter Eggs zu den alten Filmen. Wo ich mich am meisten auf den Film freue, sind die Songs und die Charaktere. Ich freue mich einfach total, finde Valentino extrem herzig. Und bin auch schon großer, großer Fan von dem Song, die Swish. Natürlich die große magische Welt, die einem viele Wünsche erfüllt, so wie der Titel ja schon vermuten lässt. Also ein klassisches Disney-Abenteuer im neuen Gewand. Aber ich freue mich am meisten auf Valentino, das kleine Zicklein. Ja, vielen Dank an eure Erwartungshaltung, an Marc, Michaela, Jan, Nico, Astrid und Steffen. Dann bin ich sehr gespannt, ob die erfüllt werden oder nicht. Und wir starten jetzt unser Thema mit der Deutschland-Premiere von Wish. Die ist nämlich vor kurzem in Berlin stattgefunden. Und es waren eben nicht nur die Produzenten und Regisseure mit dabei und die deutsche Prominenz, sondern eben auch wir, Disney Central DE war mit dabei. Und dafür auch noch einmal vielen lieben Dank an Tobias und Alex, die vor Ort waren für uns. Und ja, wir haben im Anschluss einmal mit den Regisseuren gesprochen, mit Chris Buck und mit Fawn Veras und Fawn. Und haben sie gefragt, wie sie die Premiere erlebt haben und wie sie die Stimmung vor Ort empfunden haben. Es ist so spannend. Wir haben so gearbeitet. Wir haben so lange gearbeitet. Und es ist wie Sie sind auf dieses incredible secret, dass nun Sie sind. Und jetzt können Sie es mit der Welt shareieren. Und zu sehen es mit der Zuschauer, wir haben allgemein allgemein. Und zu sehen das Film in viele unglaubliche Theatres und zu fühlen die audience reaction, war sehr wunderbar. Es war fantastisch. The energy of the room outside the theater and inside was just, it was exciting. It was exciting to have a lot of children in the audience. You know, we make these movies for everyone. And I don't know, it's just one of those things that you realize it's like, this is who we make these movies for, right? We're sitting in our little review rooms back in Burbank and a small room of adults. And you're hoping and wishing that these movies connect with everyone. And then to really feel it in the room is so gratifying. Und jetzt freue ich mich zur allerersten Folge von Disney Central Live, meinen heutigen Co-Host, vorzustellen. Und zwar ist das die liebe Alina. Hi! Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, hier zu sein. Wir haben ja jetzt Wish zusammen geschaut. Und ja, wir sollten, glaube ich, erst mal den Leuten erzählen, worum es überhaupt geht. Aber ich glaube, das kann eine Person noch besser machen als wir. Und zwar ist das die deutsche Synchronschauspielerin von der Hauptfigur Ascha, und zwar Patricia Meden. Von daher lassen wir uns doch mal von Patricia erzählen, worum es im Film geht und wer überhaupt ihre Figur Ascha ist. Wir sind im Königreich Rossas. Es geht um, es ist das Königreich der Wünsche. Und die Bewohner von Rossas sind dort hingekommen, haben ihre Wünsche abgegeben. Und der König von Rossas bewahrt diese Wünsche auf. Und wenn sie ganz tolle Bewohner sind, dann werden die Wünsche erfüllt. Ascha findet aber irgendwann heraus, dass er nicht alle Wünsche erfüllt, sondern eben nur so ein paar. Und zwar nur die, die ihm passen. Und das ist ein Riesenproblem, denn Ascha ist Idealistin. Sie kämpft für die Leute, sie kämpft für ihre Familie, sie kämpft für ihre Freunde. Und sie möchte einfach, dass es fair ist, dass alle irgendwie die Chance haben, dass ihr Wunsch erfüllt wird. Und ich glaube, da beginnt halt ihre Reise, dass sie sich gegen diesen großen König irgendwie aufbaut. Und das schafft sie eben nicht alleine, sondern das schafft sie nur mit der Hilfe von Sternen und ihrer wunderschönen Ziege Valentino. Und dann erleben die dieses große Abenteuer und versuchen eben die Wünsche der Bevölkerung, ihrer Freunde, ihrer Familie zu erfüllen oder zu sichern. Macht das Sinn? So was in der Art. Ja, soviel zu Ascha. Alena, wer war denn dein Lieblingscharakter im Film? Gibt es einen? War es Ascha oder war es wer anders? Es war nicht Ascha. Es war der kleine leuchtende Stern. Der hat zwar keinen Sprechteil und doch kommt schon viel vor. Er ist ja eigentlich auch so der Mitbegründer, aber der hat einfach für die meisten Lacher gesorgt und war dann am Ende doch am sympathischsten. Ja, der war süß auf jeden Fall, ne? Bei mir war es eine Figur, wo ich den Namen erstmal noch eben googeln musste. Und zwar war das Königin Amaya. Ich weiß nicht, ich fand sie irgendwie, weiß nicht, faszinierend. Ihr Design, ihre Art fand ich auch offen, cool, herzig. Und ich fand sie irgendwie als am faszinierendsten von allen Charakteren. Ich war vor allem fasziniert von ihrer Frisur. Die war so sehr schön hergerichtet. Das hatte so ein bisschen Princess Leia-Vibes, oder? Und dann hatte sie so kleine Stecknadeln drin, die sahen auch sehr schön aus. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das in echt sitzen würde. Das war sehr schön. Und dann gab es auch noch den Bösewicht der Geschichte, König Magnifico. Wie fandest du den denn? Zuerst fand ich den Namen. Er hat mich ein bisschen erinnert an so einen Straßenzauberer. Aber vielleicht passt das ja auch so ein bisschen. Weil der hat sich ja so etwas hochgemogelt da sozusagen. Würde ich mal. Der sammelt ja die ganzen Wünsche ein. Sorry, ich stelle mir ihn gerade immer noch auf so einer Straße. Ich finde es krass. So ein bisschen Dr. Facilier-Vibes, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Aber so stelle ich mir das gerade vor. So ein bisschen, ja. Am Jonglieren dann noch. Doch, aber grundsätzlich ... Ich weiß, was sie mit ihm erreichen wollten. Am Storytelling und am Charakter, an der Entwicklung. Ich hätte mir aber gerne mehr gewünscht. Was ich aber sehr schön fand. Schön. Als er dann doch, Spoiler, sehr böse geworden ist. Obwohl man es ja schon gesehen hat im Trailer. Da fand ich ihn dann doch sehr gruselig. Auch wenn sie nicht sehr viel an ihm geändert haben. Also es war dann doch nur ein deutlich breiteres Lächeln. Und die Augen waren etwas anders dargestellt. Aber das war wirklich so, uh. Weil am Ende machen einem ja menschlich verzerrte Gesichter am meisten Angst. Anstelle irgendwelche gruseligen Sachen, die man nicht kennt. Also ich fand tatsächlich richtig gut, dass es endlich mal wieder so einen richtigen Villain gab in einem Disney-Animation-Film. Weil ich bin Villain-Fan. Und ich weiß nicht, es ist viel zu lange her, dass wir einen richtigen Villain hatten. Einer, der dann auch über die Story präsent war und dann nicht irgendwie ein Surprise-Villain war oder so ein Twist oder irgendwas. Sondern er war ... Also man wusste halt vorher schon, dass das der Bösewicht sein wird. Und das fand ich gut. Jetzt hat er ja eher ... Weiß nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er böse angefangen hat. Sondern er war halt eher ... Er war halt der König. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass er strikt war unbedingt. Aber er war halt auch kein Bösewicht. So, das ist halt erst so ein bisschen gekommen mit der Story. Wo ich persönlich dann auch gedacht habe, dass er ja schon böse sein muss eigentlich. Weil er uns ja als Bösewicht verkauft wurde. Mit Trailer und Marketing und so was alles. Deswegen fand ich das ein bisschen ... Ich war erst ein bisschen verwirrt. Ich hab halt so gewartet, dass er seine Seite zeigt. Aber dann wurde er ja im Grunde erst noch böse. Und wie du sagst, hat dann eben auch so die bisschen gruseligeren Momente und so was gehabt. Aber ja, letztendlich war ich froh, dass es halt wirklich mal wieder so einen klassischen Bösewicht gab. Das fand ich halt sehr nice. Und Magie ist auch immer cool. Magie ist das Beste. Das stimmt. Und was halten wir von der Hauptprotagonistin, der Ascha? Ja, Ascha war ... Sie hat halt ... Sie war halt wieder so ein bisschen wie Anna, Rapunzel, Mirabelle. So dieses ... Ja, diese Quirkiness, dieses ... Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht formulieren so wirklich. Aber so wieder so ein bisschen ... Vielleicht nicht naiv, aber ich meine, sie hatte ja schon so ihre Sichtweisen und alles. Aber ... Ich weiß nicht. Kannst du es besser formulieren als ich? Weil ich struggle gerade mit Wörtern. Also als jemand, der sich sehr repräsentiert fühlt von einer Anna und einer Rapunzel und vor allem einer Mabel mit der Quirkiness aus Gravity Falls, finde ich, das langsam ausgelutscht ist vielleicht das falsche Wort. Aber ich glaube, es gibt viele kleine als auch große Mädels draußen, die sich auch gerne nicht nur als ... Oh, ich bin quirky und tollpatschig, aber ich kann auch stark sein. Sondern die ... Zum Beispiel wie eine Elsa, wo ja auch viele kleine Mädels, die ganz, ganz toll fanden, von Anfang an einfach gesagt hat, okay, sie war am Anfang natürlich nicht sehr stark, aber hat dann so ihre Stärke gefunden, aber war von Anfang an ruhiger und hatte nicht diese Tollpatschigkeit, diese Unsicherheit. Und jeder Charakter ... Oder ich wurde ja auch bei Encanto. Luisa wurde ja auch ein ungeplanter Hype bei vielen Mädels und Kindern. Ich glaube, die meisten Mädels brauchen das einfach nicht mehr, weil wir es schon 20.000 Mal gesehen haben. Jetzt nicht nur in Disney-Projekten, auch in anderen Projekten. Und es gibt so viele andere Charakterzüge. Man kann das ja einfließen lassen, aber es war wieder so Hauptpunkt des Charakters. Und das, ja, mir hätte es gefallen, wenn man noch mal andere Charakterzüge sieht. Aber ich fand sie trotzdem sympathisch als Charakter. Also ich fand, man hat schon mit ihr mitgefiebert, man war so an ihrer Seite. Also ich weiß nicht, ich habe sie jetzt nicht negativ wahrgenommen tatsächlich. Nö, ich auch nicht. Genau, aber ich verstehe deine Punkte auf alle Fälle. Das war vielleicht so ein bisschen, ja, man hat es schon mal gesehen, ne? Ja, es ist, es ist, man kann, wie gesagt, man kann ja so ein bisschen quirky, das ist ja gar nicht schlimm, nur dann noch mal mit anderen Zügen. Aber es war wieder dieses, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, oh, jetzt weiß ich, was ich machen soll. Ah, okay, Welt gerettet, fertig. Ja, und das hat sie ja mit ihren, mit ihren Songs im Grunde hinbekommen. Weil es ist ja ein Disney-Film, da muss ja gelungen werden. Wollen wir ein bisschen über die Musik sprechen? Gerne. Ich fange mal mit meiner Meinung an, weil ich kenne ja schon unsere beiden Meinungen. Ich fand die Musik nämlich tatsächlich sehr cool, mir hat es sehr gefallen. Es waren, weiß nicht, die Musik, also die Songs während des Anschauens, während des Films, waren die Momente, wo ich am meisten ja im Film drinne war tatsächlich, wo ich mich auch am meisten mit den Charakteren verbunden gefühlt habe und wo ich auch am ehesten so mitgefiebert habe tatsächlich. Weil, ähm, weiß nicht, ich fand, es gab einige Tracks dabei, die vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal hören, aber wenn man das halt so zwei, drei, vier, vielleicht fünf Mal hört, keine Ahnung, die irgendwann schon so ein bisschen im Ohr bleiben oder hoffentlich bleiben würden. Ähm, da gibt es einmal, ich muss ja eben kurz gucken, wie die Songs auf Deutsch und Englisch heißen. Ähm, das war auf Englisch, at all costs, äh, ein, im Grunde, davon, ne, ich will sagen mal nicht zwischen wem das ist, oder? Spoiler Alert? Ne, wir sagen es mal nicht. Auf Deutsch, äh, was auch kommt, fand ich tatsächlich sehr cool, fand ich ein sehr, sehr schönes Duett, womit ich jetzt auch so nicht gerechnet habe, weil ich mir auch die Songs, äh, vor dem Film nicht angehört habe, tatsächlich. Und als zweiten Song fand ich sehr cool, Knowing What I Know Now, beziehungsweise auf Deutsch, Ich weiß jetzt Bescheid. Die fand, äh, die fand ich beide sehr nice, wobei ich immer noch nicht weiß, woran mich der zweite erinnert. Er erinnert mich an irgendein Lied, ähm, und wenn irgendjemand da draußen weiß, an was mich dieses Lied erinnern könnte, bitte sagt's mir, weil ich komm nicht drauf und ich möcht's wissen. Ich, äh, es ist nicht Camp Rock 2, wie du schon sagst, Alina. Ich sag jetzt Camp Rock 2. Also es ist nicht Camp Rock 2, obwohl es irgendwie sehr nach Demi Lovato klingt, also klingt irgendwie. Sie könnte darin sehr gut singen, finde ich. Ähm, aber nee, es ist irgendwas anderes. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht was. Ähm, ja, jedenfalls, äh, also die beiden Songs, das waren glaube ich meine Favorites. Vielleicht ändert sich das noch ein bisschen, wer weiß, aber genau, ich fand, also ich fand die Musik tatsächlich sehr cool. Es war halt sehr zeitgenössisch, das kann man glaube ich sagen, ähm, aber mir hat's gefallen. Ähm, Musik, gerade in so Thema Musicals ist immer ein großes Thema. bei mir, äh, ich hatte natürlich auch schon etwas vorher recherchiert, wer das denn so geschrieben hat. Und das ist die Julia Michaels, ähm, Popsängerin, als auch, hat unzählig tausende Hits geschrieben, aber es sind halt alles Pop-Hits. Wir kennen sie auch aus dem, ähm, von Ralfrecht 2, ähm, Slaughter Race. Das hat sie geschrieben, er hat jetzt auch gesungen im Outro dann. Du willst nicht wissen, wie oft ihr diesen Song gehört habt, also auch die Version von, äh, von ihr. Doch, der ist auch super. Ich fand den sehr geil. Ich glaube, der war, äh, der war vor ein paar Jahren wahrscheinlich die Nummer 1 auf meiner, äh, Music-Liste des Jahres. Ja, ich kenne da noch jemanden, bei dem das auch so war. Ähm, ähm, und mitgeschrieben, beziehungsweise produziert von einem Pop-Produzenten, also das Lady Gaga-Album produziert, und Selena Gomez und so, und auch alles, alle Songs, die ich super liebe. Und ich mag Julia Michaels auch wirklich gerne. Ähm, ich bin aber einfach Anti-Pop-Musical, beziehungsweise ich finde, es hat seine Daseinsberechtigung. Es ist gerade so ein bisschen so ein Trend, auch auf dem Broadway, dass es viele Pop-Musicals gibt. Ähm, ich finde aber auch, dass es ein Trend ist und dass es einfach nicht sehr gut altern wird. Und ich finde die Songs zwar grundsätzlich gut als Pop-Songs, die können so im Radio laufen, die können in meiner Pop-Playlist laufen, die können auf meiner Party-Playlist laufen. Ich merke nicht, dass das dann ein Unterschied ist. Ähm, aber es ist halt einfach, ich glaube nicht, dass ich mir das in 30 Jahren anhöre und denke, oh, das ist jetzt aber ein total zeitloser Film. Ich finde, es ist sehr, ich mache den Film an, ich werde denken, oh, ja, stimmt. Und so waren die 20er Jahre, so war die Musicals halt der Anfang 20er. Ähm, und ich habe aber auch, ich muss sagen, ich mag auch, glaube ich, das Duett mit am liebsten. Die Stimm-Performances finde ich auch alle völlig, völlig legitim, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ähm, der Song, If That's The Thanks I Get. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, der offizielle Bösewicht-Song. Moment, das kann ich dir sagen. Äh, das ist dafür der Dank. Ah, das ist dafür der Dank. Hat ja auch recht viel, ähm, Online-Hate abbekommen, als er rausgekommen ist. Das hast du mir schon erzählt. Ich bin ja nicht wirklich auf TikTok unterwegs, aber das hast du schon erzählt. Also, es wurde ganz schlimm gememt, sagt man ja so schön auf TikTok online. Ähm, und die Leute haben sich ziemlich darüber lustig gemacht und haben gesagt, es ist Lin-Manuel Miranda-fication der Musicals. Und das ist halt auch wirklich so, in den Musicals abzulesen und auch bei Disney, dass vor allem dieser Sprechgesang und das sind einfach nicht mehr die krassen Stimmen sind, nicht mehr die krassen Musical-Darsteller-Stimmen. Ich liebe zum Beispiel auch Chris Pine als Schauspieler und die Stimme ist auch völlig legitim, aber für mich halt auch eher Pop-Rock-Sänger als Musical-Darsteller. Mhm. Also, ähm, jetzt gerade im Moment voll angenehm. Ich glaube, in 30 Jahren würde ich denken, hätten sie mal was anderes gemacht. Mehr Musical, mehr episch und, ähm, ich sehe das jetzt zum Beispiel auch nicht, sage ich mal, bei Disney 100 im Konzert. Dann hast du halt diese krassen Musical-Balladen und diese tollen Unterlegungen mit dem Orchester und dann steht da die eine und singt den Pop-Song, den sie zwar gut performt, aber es ist halt eine ganz andere Stimmung direkt. Okay. Deswegen, ich habe kontroversen Meinung. Aber da siehst du aber nicht mal, ähm, jetzt den Titelsong, ähm, This Wish, weil der ist ja schon dieser so ein bisschen klassische I-Want-Song. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird laufen. Ähm, man muss, glaube ich, dann doch nochmal, ich finde da zum Beispiel auch die musikalische Untermalung, ist, muss man nochmal eine Schippe drauflegen, ähm, und auch einfach ein bisschen mit den Tönen, mehr nach unten, mehr nach oben. Und es spielt halt alles so in dieser Pop-Range. Und, ähm, auch wenn das tolle Vokalisten sind, die können das schon. Und, ähm, vielleicht würde ich mir da ein bisschen Abänderung wünschen. Mhm. Ja. Also gegen ein, zwei Pop-Nummern habe ich gar nichts, aber alles Pop-Nummern finde ich immer so. Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, während du, äh, wenn du das gesagt hast. Und, ähm, ich glaube, der Song wird hundertprozentig laufen bei der nächsten Disney in Konzert Tour, weil jetzt ja auch angekündigt wurde, dass Patrice ja eben damit weiß als Sängerin. Das heißt, äh, ich glaube, das, äh, kann man einen Brief um Siegel geben, dass dieser Song verformt werden wird live. Dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Was aber? Ja, ich meine, ich meine, warum nicht? Ich meine, ich persönlich, ähm, klar, ich meine, es gibt Trends, es gibt immer das, was jetzt gerade, äh, zeitgenössisch in ist, und was eben dann zeitlos ist, das gibt's alles. Ich finde es jetzt nicht verwerflich, äh, oder irgendwas, ja, jetzt eben was Aktuelles, sage ich mal, da als Mittel auch zu benutzen. Wie gesagt, mir haben die Songs auch gefallen tatsächlich, aber ich bin auch eher so in dieser Pop-Musik zu Hause persönlich. Ähm, ich verstehe aber deinen Punkt mit dem Thema zeitgenössisch, weil das, ähm, der Film selber ist ja zeitlos. Also da, das ist halt so Märchenwelt mäßig, also das, die Welt zumindest, ne, es gibt Wünsche, es gibt da Magie, es gibt da jetzt keine technischen Dinge irgendwie. Und dann ist das halt schon, ich will nicht sagen ein Bruch, also das vielleicht nicht, aber so ein klassischer Soundtrack hätte halt, zumindest in so einem Aspekt, wenn man daran denkt, dass man den später, also den Film später nochmal sehen wird in ein paar Jahren, dann hätte das wahrscheinlich schon besser passen können, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, es wird mich, ähm, sagen wir jetzt mal 10, 15 Jahren rausreißen und ich werde direkt hören, ach ja, das war zu einer Zeit, da waren Lin-Manuel Miranda-Songs richtig im Trend. Auch wenn er die nicht geschrieben hat, aber sie sind, gerade der, der Bösewicht-Song, sind einfach klar inspiriert. Also es ist, es ist ganz klar inspiriert und ich finde, man hört's auch viel in anderen Werken. Und ich hätte mir, glaube ich, einfach gewünscht, dass die sich anstatt einer Popsängerin und Pop-Autorin von Songs, auch ich liebe Popmusik, über alles, ich bin totaler Pop-Fan, aber ich liebe auch Musical-Songs. Und dass die sich einfach noch einen professionellen Musical-Autor dahin gesetzt hätten und dass man das in so einer Koop macht, dass man schon zeitgenössisch macht, aber dann doch irgendwie diese epischen Instanzen noch drin hat. Ja, interesting. Wir haben den Film ja auf Deutsch gesehen tatsächlich und haben uns aber natürlich die Songs dann auch nochmal auf Englisch angehört. Was mir noch aufgefallen ist, tatsächlich, als der Abspann lief, da war ich persönlich sehr überrascht. Das ist jetzt vielleicht eine Info für eher auf dem Nerd-Level, aber ich glaube eine, die extrem erwähnenswert sind, weil ich fand die deutschen Übersetzungen oder die deutschen Versionen der Songs fand ich persönlich sehr stark. Also ich fand, es hat alles Sinn gemacht, es hat gepasst, es hat sich gereimt, es hat sich einfach alles gut angehört. Auch die Performance, das fand ich echt gut. Also die Patricia Medin hat eben auch gesungen für Ascher. Und König Magnifico ist halt auch ein, hat halt auch Songs im Film. Und der wird von Andreas Döring gesungen, was der auch super gemacht hat tatsächlich, finde ich. Und was mich aber im Abspann dann eben so überrascht hat, war ein Name. Und zwar war das Andreas Hommelsheim, der die musikalische Leitung übernommen hat. Und warum hat mich das jetzt überrascht? Einfach, weil ich diesen Namen seit langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Denn Andreas Hommelsheim war verantwortlich für die Musik im Grunde von der Disney Renaissance-Era. Das heißt, er hat die deutschen Versionen von Ariel, Aladdin, Schön und das Biest, König der Löwen, Pocahontas, Glöckner von Notre Dame, Herkules, ich weiß nicht, was noch alles gemacht. Und den hat man ja in der Branche irgendwie seit, seit den Anfang der 2000er, sage ich mal, bei Disney nicht mehr wirklich irgendwo gehabt. Und ich habe eben auch noch mal kurz nachgeschaut online, dass er hat jetzt zwar in den letzten zwei Jahren einzelne Projekte gemacht, so ganz einzelne. Aber das ist jetzt seine, seine Disney-Rückkehr, wenn man so möchte. Und das fand ich tatsächlich extrem cool, weil, wie gesagt, die Songs haben gepasst. Das hat sich nicht wie ein Fremdkörper angehört in dem Film. Und das gibt es leider auch oder gab es auch in der Vergangenheit ab und zu mal, möchte ich meinen. Definitiv. Deswegen fand ich das wirklich sehr cool und bin sehr froh, dass das so geklappt hat. Hat mich persönlich sehr happy gemacht. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen zum Thema Songs, Deutsch, Englisch, irgendwas ganz anderes, was dir gerade noch in den Sinn gekommen ist? Was ist denn dein Lieblingssong? Hast du das schon erwähnt? Hast du einen Lieblingssong? Weil du so ein bisschen kritischer eher eingestellt bist? Ich glaube, ich muss eh bei dem Film, ich muss mich nochmal hinsetzen, muss die nochmal so eine Woche reflektieren. Gerade bei Songs ist, glaube ich, auch, ist einfach immer, wenn man die öfter hört, dann gehen sie doch am besten ins Ohr. Jetzt in Betrachtung einfach als Popsong, muss ich sagen, mag ich auch den, da den Camp Rock 2 Song, mag ich grundsätzlich ganz gerne. Und ja, das Duett ist grundsätzlich gut. Ich bin eigentlich gar nicht so der Balladenmensch. Also, wenn ich die in meiner Playlist habe, skippe ich meistens, außer es ist dann doch die richtige Künstlerin. Ja, aber der war objektiv einfach gut. Okay, nice. Dann würde ich sagen, lass uns mal über noch ein anderes Thema sprechen, und zwar die Animation. Das war ja auch ein, sagen wir mal, Disney-untypischer Stil so ein bisschen. Weil es war halt natürlich, also, was heißt natürlich, aber es war halt Computer, 3D-animiert, aber hatte so ein 2D-Pastell-Wasserfarben-Look, genau. Ja, wie siehst du das? Wie fandest du den Animationsstil? Ich glaube, was man gerade so, ich würde mal sagen, vor allem in so unserer Generation, beziehungsweise so ein paar Altersstufen da drum, also was ich auf jeden Fall immer viel mitbekommen habe, sei es in der Schule oder jetzt, wenn ich mit meinen Freunden und so über Disney rede und meinen Kollegen, ist es, dass sich viele Leute, die älter sind als ich, meistens die 2D-Animation zurückwünschen. Und viele Leute, die jünger sind als ich, haben das gar nicht mehr so aktiv auf dem Schirm, weil das halt recht früh gewechselt hat. Dann war da einmal Christian Frosch dazwischen, aber das war dann halt auch eher die Ausnahme für die Leute. Und ich bin auch Team, die sollen sich weiterentwickeln, wohin sie sich entwickeln wollen. Mir ist das wurscht, sage ich mal, ob 2D oder 3D, aber es gibt schon so eine Fraktion, wir wollen 2D zurück, es gibt Fraktionen, wir wollen 3D zurück. Und ich hatte das Gefühl, die wollten so beiden Fraktionen so ein bisschen 50% für die, 50% für die und dann passt das schon. Und, hat's gepasst? Nein. Was sagst du denn dazu, zu der Animation? Ich finde nicht. Ja, also bei dem ersten Teaser, also Teaser-Trailer, der rauskam, war ich erstmal so ein bisschen verwirrt tatsächlich. Ja, ich auch. Ähm, also ich wusste auch, ich konnte es nicht wirklich einordnen, ist das jetzt, mag ich das, mag ich das nicht, äh, was sehe ich jetzt hier gerade? Ähm, und das hat sich dann auch so beim, bei dem nächsten Trailer dann bestätigt, beziehungsweise ging halt dadurch so in dieses, ja, in diese Ebene so, hm, irgendwas ist hier komisch dran. Ähm, also es war nicht meins. Also ich hätte mir, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mir da gewünscht, dass sie sich halt entweder für 2D oder 3D entschieden hätten. Ähm, wobei ich auch sagen muss, es hat jetzt beim Filmschauen nicht wirklich gestört. Also man hat sich relativ schnell daran gewöhnt nach den ersten paar Minuten und das war dann alles soweit in Ordnung. Aber ich weiß nicht, also ich hätte mir diesen Film auch tatsächlich sehr schön in 2D, also traditionell animiert vorstellen können. Aber ich glaube, der wäre auch in einem, also in 3D ohne diesen, also in CGI praktisch ohne diesen, ähm, ja, Layer über diesen 2D-Effekt, äh, wäre es, glaube ich, auch sehr schön gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ich fand diese Mischform jetzt nicht unbedingt die beste Idee, glaube ich. Also ich finde gerade dieses, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass man sich halt so dran gewöhnt hat. Ähm, also als man den Trailer gesehen hat, war man so, hä, okay, was ist das jetzt? Weil man halt, man sieht vorher nichts anderes, man sieht danach nichts anderes und das war dann so diese andere Sache. Aber jetzt im Film war das, also das war vielleicht 2, 3 Minuten, wo ich das aktiv registriert habe, dass es irgendwie anders aussieht. Und dann war es halt auch irgendwie weg. Also dann hat der Kopf das gar nicht mehr so richtig registriert. Es gab so 2, 3 kleine Momente, wo die so ein bisschen wieder hervorheben wollten. Ähm, aber mir hat das halt irgendwie gerade gefehlt, dass wenn man sagt, wir machen jetzt mal was in Anführungszeichen anderes mit dem Animationsstil, zu sagen, hey, wir machen jetzt was, was die, die Zuschauer aktiv mitbekommen. Also, ähm, gerade so Thema, Animation wird ja zum Glück, zum Glück, immer ein größeres Thema. Also wir hatten tolle Filme wie die Spider-Verse-Dachen. Also das ist, die meisten Leute sind sich einig, das sind teilweise die besten Filme des Jahres. Das war ja auch, also da haben die Macher sich ja auch wirklich getraut bei den Animationen, weil es ja wirklich was ganz anderes war, ne? Spider-Verse, ähm, was gab's noch? Die Spider-Verse Teenage Mutant Ninja Turtles war dieses Jahr ganz, ganz toll. Genau, genau. Ähm, Mitcher vs. the Machines. Und dann gibt es einfach noch von so kleineren Studios oder mehr Claymation. Ist ja auch wieder mehr im Trend, so ein bisschen Stop-Motion. Ähm, einfach ein komplett anderer Stil und vor allem auch ein Stil, wo ich den Film gucke und aktiv wahrnehme, was für einen künstlerischen Wert das gerade hat. Und das die ganze Zeit irgendwie reflektiere. Also klar, das ist bestimmt auch ein bisschen anstrengend für manche Leute. Aber wir sind eigentlich in der Zeit, wo die meisten Leute es wertschätzen können. Und das auch wirklich toll finde ich. Ich meine, der neue Spider-Verse-Teil ging fast drei Stunden. Ja. Und die Leute fanden den super. Und die... Ich fand den auch richtig, also richtig gut. Deswegen, also die Welt ist bereit dafür. Aber Disney muss sich halt mal trauen. Und ich hätte lieber was gesehen, was so nochmal was ganz anderes ist. Oder ey, wir gehen komplett zu dem 2D. Oder wir machen eine andere Art von 2D, eine andere Art von 3D. Ich meine, es war jetzt ja auch eben der Film zum 100. Jubiläum im Grunde von Disney. Und dadurch, ja, waren sie ja, ich sag mal, bewusst so ein bisschen an eine Tradition gebunden, sag ich mal. Weil sie haben ja die Entscheidung getroffen, dass sie ja 100 Jahre Disney feiern wollen. Auch so ein bisschen mit diesem Film. Und, ja, da haben sie halt eben dann, glaube ich, versucht, so vom Stil her visuell eben, dass, ja, dass man sich halt an Disney Classics, sag ich mal, erinnert. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, für mich hat es nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, ich wäre da wirklich die, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, die Fraktion so ganz oder gar nicht. Ich finde diesen Mittelweg, der jetzt gewählt wurde, ja, zumindest aus meiner Sicht eben nicht den allerbesten. Viel gewollt, aber kam dann irgendwie nicht so ganz durch. Also lieber mal was Neues trauen oder ganz so 2D. Da hat dann auch irgendwie das Farbstema, finde ich, nicht so ganz so, ich fand das schön. Aber das war zum Beispiel wieder was anderes, was mich dann aus dieser Aquarellfarbe rausgebracht hat, weil es doch sehr, sehr dunkel war und, ja. Stimmt, stimmt. Also es war, man hat es halt schnell gar nicht mehr wahrgenommen, was ja eigentlich traurig ist. Wir wollen das ja wahrnehmen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das ganze Thema Animationsstile und sowas weiterentwickeln wird. Weil wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt von anderen Studios. Was mir tatsächlich noch eingefallen ist dazu, so ein bisschen, also natürlich auf einem ganz anderen Level. Aber auch von Disney tatsächlich, aber eine TV-Serie, beziehungsweise Marvel, Disney und Marvel, whatever. Moon Girl and Devil Dinosaur. Finde ich persönlich sehr, sehr cool, die Serie. Also macht wirklich verdammt Spaß. Und rein von der Animation her ist das auch, ich weiß nicht, einfach sehr erfrischend, wo auch viele visuelle Gags einfach drin sind, aber jetzt nicht irgendwie Slapstick-Humor, sondern einfach wo wirklich in der Animation selber die Witze stecken. Einfach von den Bewegungen her, was animiert wird, was bewusst auch nicht animiert wird. Das, weiß nicht, fand ich sehr, sehr cool und ich bin einfach allgemein sehr gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird und auch wo Disney hingehen wird. Weil wir wissen jetzt noch nicht, welcher Film nächstes Jahr kommt von den Disney Animation Studios. Aber wir wissen halt, dass Zoomania 2 in Produktion ist. Wir wissen, dass Die Eiskönigin 3 in Produktion ist. Und jetzt auch seit wenigen Tagen wissen wir, dass Die Eiskönigin 4 in Produktion ist. Das heißt, wir haben da viele Sequels, die kommen auch von den Walt Disney Animation Studios, wo man jetzt natürlich auch den Stil nicht neu erfinden kann praktisch, weil es gibt ja, also die Welt ist ja etabliert. Und da frage ich mich jetzt halt schon, wann das nächste Original kommt einerseits und halt auch, in welche Richtung man da gehen wird visuell. Ob man sich auch, ja, dann eben wie die anderen Studios praktisch auf andere Dinge auch einlässt und so ein bisschen traut, ein Risiko eingeht auch. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant und frage mich, ja, wie das aussehen wird in nächster Zeit. Ich hoffe, sie gehen ein Risiko ein. Ich will ins Kino gehen und das die ganze Zeit bewundern, so wie man es früher, finde ich, mehr bei Disney getan hat, wo du da saßt und dachtest, wow, wie kann das sein, was ist hier los? Und jetzt war es halt so, ja, ist nett, sieht nett aus. Was ich aber auch finde, und das passt eigentlich ganz gut auch zu dem nächsten Punkt, ich fand, okay, ich fang andersrum an, aber die, eben ein, der Spider-Verse-Film zum Beispiel von Sony, da hat man eine, ja, wie soll ich sagen, eine ganz andere Ansprache an das Publikum. Es ist anspruchsvoller, also deutlich anspruchsvoller gewesen, auch erwachsener, erwachsenere Themen. Und, klar, das kommt immer auf das Thema drauf an. Bei Wish geht es eben auch um Wünsche, das will man ja dann auch bewusst so ein bisschen, ja, nicht zu erwachsen halten, sage ich mal. Aber ich hatte schon das Gefühl, weiß ich nicht, also ich habe mich tatsächlich als Audience nicht so hundertprozentig angesprochen gefühlt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eher ein, als, ja, ich meine, ich versuche das immer nicht so zu sagen, besonders bei Disney-Filmen, aber dass das tatsächlich eher so ein Kinderfilm war. Ja, nicht mehr Familienfilm, vor allem, wenn man bedenkt, dass Disney eigentlich Mitgrund ist, dass Animation überhaupt so entkindlicht worden ist. Also es gibt so viele Erwachsene, die sich davon begeistern lassen. Es gibt so viele Studios, die auch sagen, klar, die Kinder können das gucken, aber eigentlich ist das artistisch und storytechnisch, ist das so anspruchsvoll, das kannst du in jedem Alter gucken. Und wir hatten auch genug Disney-Filme, wo ich mich mit meiner 80-jährigen Oma, mit meiner 40-jährigen Mutter, mit, weiß ich nicht, Cousinen, die zehn sind oder so, hinsetzen könnte. Und jeder wäre begeistert davon und jeder fühlt sich auf seine Art und Weise davon angesprochen. Und dadurch, dass Animation auch immer, also Spider-Verse ist zum Beispiel, da kannst du kein zehnjähriges Kind reinsetzen. Das ist ein Erwachsenenfilm, ist vielleicht übertrieben, aber Teenager und danach definitiv erwachsen. Ja, du musst da schon verstehen, worum es überhaupt geht. Und das kannst du ja, also kannst du in einem gewissen Alter gar nicht begreifen, auch weil ja dann auch wieder visuell so viele komische Dinge passieren und alles. Ja, bin ich bei dir. Und ich meine, bei Die Unglaublichen 2 hatten wir es ja auch so, dass es dann so ein bisschen, da kam Alkohol ins Spiel und dann wurde so ein bisschen was angespielt und dann gab es ganz oft Beschwerden vom Publikum. Ja, es ist aber kein Kinderfilm mehr, da ist aber Alkohol drin. Ich erinnere mich gar nicht dran. Das war ein richtig großes Thema, weil die da einmal so eine, ich glaube es ist Whisky oder so, in der Hand hält. Und dann hatte, glaube ich, sogar der Regisseur selber gesagt, nur weil es animiert ist, muss es nicht für Kinder sein. Und da hatte eine Disney-Firma sozusagen das Thema schon mal angestochen. Und dass man da irgendwie wieder so ein bisschen zurückfährt, finde ich dann doch etwas schade. Also ich hätte gerne, ich meine, man kann ja das Thema Wünsche behandeln und alles, aber ja, ich würde sagen, da waren wir, da fühle ich mich kognitiv schon zu entwickelt für, ohne dass jetzt sozusagen, dass ich der glückste Mensch der Welt werde. Nur so, ich glaube über 16 denkst du dir auch so, ja, das hätte ich mir jetzt auch denken können, so ein bisschen. Ja, es war schon so ein bisschen, so sanfte Berieselung kann man, glaube ich, schon sagen. Das ist sehr treffend. Das ist sehr treffend. Ja. Was ich auch, was mir auch aufgefallen ist, es geht aber im Grunde an fast alle Filme aus den letzten paar Jahren, dass einfach die, ja, die Geschwindigkeit, in der was passiert, also die, das Pace sozusagen, einfach sehr schnell ist, dass es einfach alles sehr, also übertrieben schnell passiert, die Story. Man lernt Asha als Charakter kennen, aber im Grunde während schon die allerersten Story-Elemente passieren, das heißt, man hat sie, also wir haben sie jetzt gar nicht in ihrem eigentlichen Ich kennengelernt, sondern wir wurden schon so ein bisschen mitten in die Handlung oder in ihre Handlung, sage ich mal, reingeworfen. Ähm, dann, weiß ich nicht, es ging einfach sehr schnell von A nach B nach C. Nach Z. Ja, genau. Zwei Punkte übersprungen. Und es fehlte so ein bisschen die Luft zum Atmen, hatte ich das Gefühl. Also ich hatte auch so einen Moment in der, irgendwo zur Mitte des Films, glaube ich, wo ich mich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen gelangweilt habe, aber in so einer Vorstufe, sage ich mal, war, weil ich, weiß ich nicht, weil ich einfach... Man wurde auch nicht so abgeholt, weiß ich nicht, also die Charaktere waren alle nett, alles gut, aber es ist jetzt niemand, der, dem ich denke, oh mein Gott, nicht das, was passiert, oh mein Gott, ich möchte nicht, dass das und das, oh nein, die Arme, weil es... Also es ist nette Unterhaltung, wie wir eben schon gesagt haben, leicht Kost. Mhm, ja. Ähm, und das ist dann halt so, ach ja, schön, dass die jetzt da hinfährt, aber ich mache mir nicht aktiv Sorgen. Ja, das hat dieser Save-the-Cat-Moment gefehlt. Sagt dir das was? Save-the-Cat, kennst du den Begriff? Ich glaube schon. Doch, ich habe es auf jeden Fall gehört. Das ist im Grunde genau, also aus der Film... Gott, ich will jetzt gar nicht sagen Wissenschaft, das klingt so verkehrt. Ich weiß nicht, aber das ist eben der Punkt, wo am Anfang einer Geschichte der Protagonist im Grunde erstmal, ja, ganz salopp gesagt, irgendwie eine Katze aus dem Baum rettet und wir dadurch als Zuschauer im Grunde mit dieser Person erstmal eine emotionale Verbindung aufbauen und uns denken, oh, das ist aber ein toller Charakter, den mögen wir. Dass man einfach erstmal da sitzt und so Ja sagt. Ja, toller Charakter. Ja, dem kann was passieren. Und ja, sowas hat dann einfach so ein bisschen gefehlt. Also, wie gesagt, das ist jetzt keine Kritik von meiner Seite an diesem Film speziell, weil es einfach in den letzten Jahren eigentlich fast kaum noch vorgekommen ist. Es war halt immer alles sehr, sehr, ja, schnelles Tempo einfach, dass die Dinge Schlag auf Schlag passieren. Und ja, das war jetzt halt hier, weiß nicht, einfach keine Ausnahme. Also, ich schätze, das ist einfach die neue Norm. Oh Gott, ich hoffe nicht. Aber bitte auch keine super langen Filme. Das ist das Schlimmste. Also, man hat es ja früher auch geschafft. Ja. Und man hat jetzt nicht, man muss ja wirklich sagen, man hat nicht viel komplexere Geschichten erzählt. Ja, das stimmt. Und man hat es in der gleichen Zeit geschafft. Das ist jetzt kein 60-Minuten-Film oder so, ne? Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht aus dem Schneegrauf, wie lange der Film war. Ich glaube, irgendwo um die 90 Minuten wird der gelegen haben. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber da fand ich die Länge gut. Also, weder zu kurz eigentlich noch zu lang. Das stimmt. Das hat auch gepasst, glaube ich, ne? Das stimmt. Es sind 95 Minuten. Ja, okay, siehst du. Da minus Abspann sind es 90, oder was? Ja, das stimmt. Also, das passt schon, ne? Ach so, übrigens, wo wir gerade beim Abspann sind, sitzen bleiben, da kommt noch eine kleine Szene hinterher. Also, jetzt keine Marvel-Cliff-Hanger-Post-Credit-Scene, aber, ja, ne süße Szene, kann man sagen. Aschlein ist nicht im MCU danach. So viel können wir verraten. Die neue Super-Young-Avengers. Das ist vielleicht auch eine ganz coole Überleitung zu dem Thema Easter Eggs, weil es kommen keine Marvel-Easter Eggs vor. Wer weiß, vielleicht haben wir es nur übersehen. Oh, stimmt. Das könnte, um echt zu sein, jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht haben wir es übersehen. Auch wieder wahr. Schlechte Überleitung dann. Nee, Easter Eggs war aber ein großes Thema. Und da haben wir auch vorab schon im Interview mit dem Produzenten Peter Del Vecchio ihn zu diesem Thema gefragt und lassen uns auch einmal kurz einspielen, was er dazu sagt. Ja, wir haben es gehört. Über 100 Easter Eggs sind in Wish vertreten. Und ich glaube, wir haben auch einige gesehen. Also zumindest ich habe sehr viele gesehen. Wie ging es dir? Ja, wir haben uns ja auch noch mal so ein bisschen ausgetauscht. So, oh, da war der kleine Dornbusch. Und da war das. Bin ich mir sicher, ob ich das gesehen habe? Also 100 Easter Eggs in 95 Minuten reinquetschen. Kann man sich ja auch ausrechnen, wie viel da auf einmal geschehen muss. Ich glaube, es waren mehr. Also wirklich mehr. Wahrscheinlich auch deutlich mehr als 100. Und es sind auch einfach teilweise wirklich so Kleinigkeiten gewesen, dass wenn man den Film jetzt ein-, zweimal geguckt hat oder man hat ihn das letzte Mal vor drei, vier Jahren gesehen, dann hätte ich es auch wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Also sei es ein Schuh oder irgendwie so Kleinigkeiten. Oder da waren bestimmt auch einige Dialog-Easter Eggs drin, die wir vielleicht gar nicht mitbekommen haben, weil wir den auf Deutsch gesehen haben, dass dann doch ein Satz übernommen worden ist. Ja, ich bin mir bei einer Szene relativ sicher. Bei den sprechenden Pilzen, die auf Deutsch irgendwas sagen von irgendwas mit verrückt sein oder sowas. Ich bin mir extrem sicher, dass es im Englischen oder allgemeine Referenz an Alice in Wonderland ist. We're all mad here oder irgendwie sowas. Ich bin mir eigentlich extrem sicher. Ja, du musst ja nochmal auf Englisch geguckt werden. Würde mich wundern, wenn nicht. Ja, mir waren es, also es hat im Grunde ja angefangen, also im Grunde ist ja der ganze Film so in gewisser Art und Weise eine Referenz an sich an Disney mit diesem übergreifenden Thema Wünschen und Wish Upon a Star und diese ganze Thematik eben, was ja auch super schön ist. dann ging es aber relativ zum Anfang, war halt einer der ersten Plotpoints, dass der Großvater von Asha seinen 100. Geburtstag feiert. Wie auch Disney dieses Jahr. Zufall, Mensch. Und dann übrigens 30 Minuten später, der ist übrigens 100. 100 Jahre. Stimmt, das wurde oft erwähnt. Und das war schon ganz ehrlich so ein Moment, wo ich mir so dachte, okay. Ich glaube, er wird 100. Muss das jetzt sein? Also wir haben es ja jetzt verstanden. Ich meine, im Intro stand ja auch schon so groß. Disney 100 so mit dem Schloss und alles. Das war schon so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay. Ja, nett, süß schätze ich. Und dann kam, also letztendlich über den Film, ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, wie viele Easter Eggs es waren, aber es waren wirklich so viele, dass ich mir wirklich nach relativ kurzer Zeit schon gedacht habe, oh Leute, jetzt reicht es aber mal. Also ihr müsst jetzt nicht das hier noch machen. Ihr müsst jetzt nicht Asha einen Umhang geben, der aussieht wie eine gute Fee. Das habe ich übrigens gar nicht gecheckt. Ihr müsst nicht ein Reh noch extra Bambi beim Namen nennen. Die Tiere müssen nicht alle wie die von Schneewittchen aus dem Wald aussehen. Und Asha muss auch nicht in so einer Waldhütte wie bei Schneewittchen leben. Und ich weiß nicht, also irgendwie, ich war dann an einem gewissen Punkt, wo ich mir dann auch gedacht habe, ah ja, und das war bestimmt eine Referenz an das. Als sie an einem kleinen Strand waren mit dem Boot, da habe ich mich dann an Rapunzel erinnert, an eine Szene davon. Und das war einfach sehr, sehr viel, wo ich mir einfach gedacht habe, Leute, es reicht. Also macht mal was Eigenes bitte. Ich will jetzt hier kein Best-of sehen von anderen Sachen aus 65 anderen Filmen, die ich schon kenne. Macht doch bitte was Eigenes. Weißt du, was ich meine? Nee, also ich bin eh nicht so der, beziehungsweise ich finde ein gutes Easter Egg. Ein paar sind legitim. Total. Und müssen aber auch, wie der Name ja sagt, Osterei halt versteckt sein. Ja, ja. Und nicht so, also ich glaube, es gab schon ein paar Momente, wo wenn du jetzt nicht aktiv weißt, woher diese Stelle kommt, dass du dir denkst, hä, das passt farblich gerade gar nicht rein. Hä, das passt, oder so. Das war ein komischer Satz. Also es gab halt einfach Sätze, ich kannte den Kontext oder ich wusste, warum das jetzt gerade passiert. Es waren dann zwar nur ein, zwei Sekunden, aber ich kenne das ja selber aus Filmen, wo dann vielleicht mal ein Easter Egg für einen anderen Film ist, wo ich mir denke, oh, das war jetzt bestimmt ein Easter Egg für irgendwas, aber ich kenne es nicht. Aber so vereinzelt ist das auch cool. Aber hier war es halt echt so ein bisschen Overload, ne? Also mir fällt da direkt eins ein, das war dann eine Anspielung an so Mania zum Beispiel, wo ich mir auch so dachte, boah, Leute, muss das jetzt sein? Also es passt doch jetzt hier gar nicht hin, sorry. Und der Umhang selber, ich weiß noch, dass ich da saß. Wie gesagt, ich habe es gar nicht gecheckt, dass der Umhang von der guten Fee ist, ganz peinlich. Aber ich dachte wirklich, hä, das passt ja farbtechnisch gar nicht rein. Warum sieht der Umhang so komisch aus? Warum würde die den, also es hat halt vom Charakter, von den Charakterfarben nicht wirklich Sinn ergeben und warum sie ihn jetzt auch da so undercover tragen oder? Und das war dann alles so. Da war das zum Beispiel so ein Moment. Und ich bin mir sicher, dass wenn man reingeht und nicht weiß, also nicht wirklich eine Vorahnung hat, sich nicht mehr an die Namen, die Dialog rein, den einen Schuh aus der einen Szene oder so erinnert, dass man denkt, hä? Was soll mir das jetzt sagen? Wie gesagt, für mich persönlich war es zu viel, aber gut, ich glaube, also wir beide sind jetzt auch so eine Audience, wir kennen halt unsere Disney-Filme, wir kennen die auch sehr gut und wir haben die auch sicherlich mehr als ein- oder zweimal gesehen. Und dann gibt es aber, das muss man ja auch fairerweise sagen, gibt es ja Leute, die halt wirklich dann mal die Disney-Filme in der Kindheit gesehen haben, die sich da auch vielleicht nicht mehr aktiv dran erinnern, aber schon so ein bisschen so was in Erinnerung haben, auf eine passive Art und Weise und die sich dann ja schon so ein bisschen abgeholt fühlen und so daran erinnert fühlen, so, oh, guck mal, das ist von Cinderella, das ist von Donröschen, das ist von der Eiskönigin, was weiß ich, keine Ahnung. Das muss man ja auch auf der anderen Seite sehen, nicht alle Leute sind so Hardcore-Fans wie wir beide und wahrscheinlich 99 Prozent der Zuhörer und Zuhörerinnen gerade. Deswegen, die Perspektive darf man halt auch nicht vergessen. Also wir sind da ja so gesehen, eine Minderheit, glaube ich. Wer weiß, wer weiß. Aber auf der anderen Seite sind wir halt auch eben die Hardcore-Audience, die ja, ne, für die der Film ja auch sicherlich zu einem gewissen Teil hoffentlich gemacht wird. Ja, vor allem, ich finde, wenn man gerade sagt, hey, das ist jetzt und da, wow, es sind 100 Jahre, ich finde so ein Zelebrationsfilm ist ja eigentlich auch immer ein Danke-Film für Leute, die so lange schon dabei sind. Also, wenn ich mir das jetzt optimal vorstellen würde, sagt mir ein 100-Jahre-Film auch, hey, danke, dass du dabei bist, seit du klein bist, dass du da so mitfieberst, weil Disney ist einfach auch viel Community und viel Interaction und viel, hey, der Film ist richtig gut, ich gebe dir den mal auf DVD, guck dir den mal an oder du solltest dir Frozen 30 Mal angucken, wie ich. und ich finde dann, ich verstehe schon, dass es dann so ein bisschen, wie hat man früher mal gesagt, Fanservice sein soll. Ja, 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 stimmt eigentlich. Und ja, es ist, es kommt dann auch, glaube ich, so ein bisschen auf die Fans und das ist ja einfach gerade auch so ein Trend, überall Easter Eggs reinzuhauen, bis man nicht mehr gucken kann. Ich fand es auch am Anfang, wirklich die ersten zwei, drei, dachte ich mir, oh, süß. Oh, ja, das ist ganz süß. Also einmal sieht man so John Röschens Kleid, das fand ich irgendwie ganz niedlich und dann dachte ich mir immer, na, jetzt wird es zu viel, jetzt reicht es und dann kam mehr und mehr und mehr. Also spätestens, als dann wirklich ein Charakter ankam, der genau wie Peter Pan angezogen war und auch noch Peter hieß, da war ich auch so, äh, vor allem in dieser Welt hat das auch irgendwie nicht so ganz zum Look gepasst, hätte er wenigstens die Farben nur angehabt, aber die Leute müssen denken, der war irre, so wieder rumgelaufen ist, so im Kontext. Aber was mir noch eingefallen ist dazu, dieses ganze, äh, dieser Easter Egg Overload, der hat mich so extrem an eine andere, an einen anderen Moment erinnert, auch aus der, ja, schon jüngeren Vergangenheit, wo es sowas schon mal gab, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute den gesehen haben, aber die Live-Action-Version von Pinocchio, also die Disney-Live-Action-Version von Pinocchio, die letztes Jahr auf Disney Plus rauskam, glaube ich, wo in einer der Eröffnungsszenen, ähm, Geppettos, äh, Geppettos Kuckucksuhren zu sehen sind und das dann einfach so eine gefühlt eine Minute ist, wo 500 Kuckucksuhren gezeigt werden, alle mit, äh, Disney-Figuren, die in irgendeiner Form dann losgehen und sich lustig bewegen, wo ich mir auch dachte, sag mal Leute, geht's noch? Ach, also, sorry, also wenn da jetzt einmal irgendwie, äh, so ein, ja, Pinocchio-Figuren gewesen wären, die halt im Stil vom, vom Klassiker, also vom Animationsklassiker gewesen wären oder von mir aus Schneewittchen, weil der davor war, ne, das hätte, das wäre cool gewesen, hätte ich cool gefunden, aber das waren ja wirklich, das war ja, also ich weiß nicht, wie viele es waren, 500 ist auch sicherlich übertrieben, aber es waren einige und, ähm, ja, man kann's übertreiben, das ist einfach meine Message, die ich da, die ich dazu sagen möchte, glaube ich. Ich denke mir auch, dass wenn man vielleicht jemand ist, der früher gar keine Disney-Filme geguckt hat, gibt's ja auch, oder das einfach gar nicht mehr in der Presse im Kopf, es gibt leider solche Leute, ich weiß auch nicht, wie sie es schaffen, aber die müssen sich, also gerade jetzt so die Anfangsszene von Pinocchio, wenn man sich die jetzt nochmal vorhält, vom Live-Action meinst du? Ja, okay. Es ist ja jetzt eigentlich, also die Leute sehen das, denen ist ja klar, ähm, dass das Disney-Filme sind, also das, das wirst du schon assoziiert haben, aber die denken sich ja, was ist das denn für ein Eigenlob eigentlich? Ja, schon ein bisschen. Den Film haben wir gemacht und den Film haben wir gemacht und den haben wir auch gemacht. Wenn man die Filme nicht kennt, man kennt ja die Figuren dann trotzdem irgendwie so, zumindest so vom Merchandise so ein bisschen, je nachdem, was es denn ist, und dann wirkt das schon ganz schnell so, denke ich. Ich glaube, das könnte für Leute, die da gar nicht mit vertraut sind und vielleicht auch gar nicht mit dem Thema Easter Eggs in Filmen vertraut sind, kommt es vielleicht auch so ein bisschen so Eigenlob-mäßig rüber, auch wenn ich weiß, dass es nicht so gemeint ist. Ja, wenn du, ganz ehrlich, wenn nicht sogar irgendwie Product Placement oder sowas. Stimmt, stimmt. Also, okay, aber das ist, glaube ich, ein echt, also ein richtig cooles Thema. Also, ich finde es richtig interessant. Wir beide haben da jetzt eine relativ ähnliche Meinung zu, aber ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es da halt in der Community auch ganz andere Meinungen zu gibt. Bin ich tatsächlich, also finde ich super interessant, weil es halt einfach sehr, ja, wie sagt man, ich glaube, da kann man gut einfach drüber diskutieren, über dieses Thema. Ich glaube, es ist gerade vor allem, weil es ja auch bei, es kommt bei Marvel hoch und es kommt bei Star Wars hoch und es kommt in diesen ganzen 30.000 Serien vor und ich denke auch, es gibt wirklich viele Leute, die das gerne mögen und die sich dann auch, wenn er auf Disney Plus ist, da hinsetzen werden und alle 10 Sekunden rückspulen werden. Oh, warte, war das nicht. Oh, warte, war das nicht. Und ich denke, es kann auch ein ganz schöner Community-Moment werden. Dann klickt man auf eine Forum-Seite, auf Reddit oder so und sagt, hey, ich habe das gefunden. Denkt ihr, es ist ein Easter Egg. Ja, klar, warte, ich habe das gefunden. Dass man wirklich sagt, vielleicht wäre es auch ganz cool, wenn Disney sagt, hey, das ist die Anzahl, viel Glück, findet die mal. Und dass man sagt, ihr müsst alle finden. Das ist vielleicht auch ganz cool und könnte wieder so ein cooler Community-Moment sein, aber den hast du halt einfach im Kino nicht. Ja, also mich würde auf jeden Fall interessieren, wie Leute das halt verschieden wahrnehmen. Deswegen schreibt uns das super gerne. Also wie gesagt, mich würde das super interessieren, ob wir diese ganzen, also die Menge an Easter Eggs und auch die Art und Weise, wie sie eingebunden sind, ob ihr das positiv, negativ, neutral aufnehmt, das würde mich super interessieren. Und ich meine, wir werden das niemals vollständig machen, aber schreibt doch auch noch gleich so eine Liste, was euch aufgefallen ist an Easter Eggs, was ihr gesehen habt, dass wir dann einfach so ein bisschen was zusammentragen können, weil das finde ich auch irgendwie ganz spannend. Teilweise ging es ja auch so schnell, da bin ich mir gar nicht sicher. War es ein Easter Egg oder drehe ich einfach nur ein bisschen durch? Ja, ja, total. Also ich habe jetzt auch einige Sachen noch im Kopf, die ich jetzt gerade nennen könnte, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass das eine Referenz auf etwas war. Aber dann gibt es auch eben so viele Momente, die hat man dann irgendwie auch ja schon schnell wieder vergessen, hat man gar nicht richtig wahrgenommen, hat sich, wie du sagst, was eingebildet, was vielleicht da war, vielleicht auch nicht. So war da jetzt Jafar. Ja, ich weiß es nicht. Ich werde es sagen, wenn der auf Disney Plus ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, super polarisierendes Thema, finde ich. Also super interessant. Deswegen schreibt uns auf, wie gesagt, echt gerne. Oh, wir können vielleicht noch über die Message so ein bisschen reden. Die Message vom Film. Ja. Da haben wir, ich habe ja vorab im Interview auch wieder Peter, also Peter Del Vecchio gefragt, was ist so das, das eine Element, was Wish ja besonders macht, was es auszeichnet so ein bisschen. Und da war seine, ja seine Antwort ja Hoffnung, Hope. Es ist das Gefühl der Hoffnung, die es dem Welt gibt. Wir wollen Menschen, die Außenwelt hinter ihnen jetzt kommen, kommen in das Theater, kommen als Zuschauer mit dem Film, und bleiben uplifted und hopeful. Ja, wo siehst du die Message vom Film? Was nimmst du aus diesem Film mit? Ist es Hope? Ist es was anderes? Ist es eine ganz andere Message vielleicht? Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich finde es, ich glaube, als Kind hätte ich es ganz anders mitgenommen als jetzt, weil ich finde, als Kind ist so ein Wunsch noch so ein, einfach ein anderes Thema. Also wenn, ich weiß noch genau, dass ich mir als Kind, wenn ich so ein, wie heißt das nochmal, ähm, was man dann so wegpustet. Seifenblasen? Ne, äh, Löwenzahn. Dieser fertige Löwenzahn, die man, Pusteblume, und die man dann wegpustet und sich was wünscht. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mir immer ein, ähm, die unglaublichen Violetter Kostüme gewünscht habe. Das war immer mein Wunsch. Hast du es bekommen? Nein, weil das wusste ja nur die Pusteblume. Also wie soll sie mir das schicken? Und das gab es ja auch gar nicht. Vielleicht hättest du es lieber auf eine Sternenstuppe, auf eine Sternenstuppe wünschen sollen. Also das Thema Wünschen ist einfach, glaube ich, als Kind was ganz, ganz, ganz anderes. Und wenn ich, sage ich mal, sechs, sieben, acht, irgendwie so gehört. Das ist schon so was Magisches. Ja, und dann sagen die, hier folge deinem Wunsch und arbeite hinterher. Ich finde es schon eine gute Message. Ähm, ich finde aber auch, dass, ähm, das Konzept Wunsch, wenn man dann doch schon irgendwie mehr im Erwachsenenleben angekommen ist, dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen traurigen Aspekt hat. Okay. Also da ist das so ein bisschen so, okay, ich hatte ja den Wunsch als Kind und irgendwie habe ich dann doch nicht danach gearbeitet. Ja, Pech gehabt, ne? Ja, okay, aber das war ja auch Teil des Films, so ein bisschen. So die, mit dem Erwachsenwerden, so die Wünsche aufgeben und so ins, ja, ich sag mal, in den tristen Alltag übergehen, so ein bisschen, kann man das sagen? Das stimmt, aber jetzt muss man halt reflektieren, was man jetzt dagegen macht. Was wir als Disney-Fans natürlich nicht getan haben, richtig? Ja, aber grundsätzlich gab es dann doch auch Wünsche, wo ich mir dann halt als, das ist vielleicht dann doch das, was man dann mehr als Erwachsene reflektiert, da waren recht simple Wünsche, in Anführungszeichen, die man halt einfach mit genug Dedication und Zeit selber auch ohne Probleme hätte umsetzen können. Und wo ja auch viel Magie drin liegt, sag ich mal, in der Erfüllung von so kleinen, gerade von den kleinen Dingen, ganz ehrlich. Und hätten die Leute einfach den Wunsch eigenständig umgewandelt, dann hätten sie diesen Wunsch auch schon, ohne dass sie jemand anderen bräuchten, und dass man sich vielleicht dann doch da sagt, hm, okay, ich möchte das machen, vielleicht mache ich es auch einfach mal. Du meinst so wie ich, der sich vor circa zehn Jahren eine Gitarre gekauft hat, weil er um eine Gitarre spielen lernen wollte und surprise. Mein Klavier steht neben dem Bett. Mein Klavier steht neben dem Bett seit einem Jahr. Und ich kann, ich glaube, ich kann den Anfang von Timber von Kesha, weil das auf dieser App drauf war gratis. Also, ich kenne das und das ist genau das. Ja, aber so ein bisschen ist ja die Message dann wirklich auch so, weiß ich nicht, einerseits, dass Träume, Wünsche einem Kraft geben, was ich auch definitiv cool und richtig finde, weil so in diesen, genau, in dieser, ja, in diesen Dingen steckt ja auch wirklich viel Magie drin. Ist ja auch ein bisschen der Grund, warum jetzt der Podcast-Name Calling All Dreamers gewesen ist, weil Dreaming, Wishing, das geht so ein bisschen Hand in Hand, finde ich. Und das vereint halt Menschen auch tatsächlich und, weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist auch bei Disney-Fans auch nochmal so präsenter als bei anderen tatsächlich und, ähm, deswegen fand ich das tatsächlich cool und so ein bisschen auf der anderen Seite war ja die Message dann auch, wie du schon sagtest, man muss für seinen Traum auch arbeiten. Das hat mich dann so ein bisschen wieder an Christian Frosch erinnert. Das war ja auch so Tianas Ding so ein bisschen, ne? Ist die Frage, ob das auch wieder so eine Referenz war, weil, wie gesagt, das ist ja so, ne? Ist alles noch ein Easter Egg? Sind es Dialoge? Sind es auch solche Dinge? Es steckt halt so viel da drinne einfach, ne? Ähm, deswegen, ja, das ist auf jeden Fall, weiß nicht, das war für mich so ein bisschen die Message, die da mit, äh, mit Raus, also am ehesten raus gestochen ist. Ich finde, also ich sag mal so, ich glaube, ich hätte als Kind aber nicht wahrgenommen, dass es, ähm, dass ich zum Beispiel auch einfach, ähm, sagen wir jetzt mal, Klavier spielen. Ja. Dass, wenn ich das möchte, das vielleicht auch einfach mal anfangen sollte. Also ich glaube, in dem Moment hätte ich dann gedacht, ach ja, das ist ja sowas Magisches. Ja, das wird schon. So, also als Kind weiß ich nicht, ob ich daraus mitgenommen hätte, ey, ich setze mich jetzt hin, frage meine Mutter nach Klavierunterricht oder timpel so ein bisschen rum, finde so ein bisschen selber raus, was ich kann, was nicht. Ja, okay, aber ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen die, die Aufgabe der Eltern, der Erziehungspersonen, dass man dann so sagt, so, hey, guck mal, genau wie Asha und Tiana, tu was für deine Träume, beweg dich, los, da ist das Klavier, mach mal. Ich meine, das hat Walt Disney auch gemacht. Beziehungsweise da ist der Klavierlehrer, was weiß ich, oder hier ist das YouTube-Video, du guckst das jetzt. Aber nur YouTube-Kids, ohne Werbung. Ja, ja, kommen wir zum Fazit, was meinst du? Wie sieht es aus? Auf einer Skala von, ja, eins bis zehn, ähm, ja, wo siedeln wir den Film an? Was sagst du? Wo siehst du ihn? Also, ich bin immer ganz schlimm mit Filmen ranken, ich überlege mir das schon immer währenddessen, ähm, und, du bist auch echt hardcore unterwegs, ich bin da ganz hardcore unterwegs, ähm, bei mir ist es nur eine 1 bis 5 Skala, jetzt gehen wir auf 1 bis 10, und ich hätte es bei der 1 bis 5 schon sehr mittig angeordnet, deswegen wäre ich jetzt auch bei einer 5 von 10, was nicht heißt, dass, ähm, für mich ist das kein schlecht, für mich ist das kein, oh, mir ist der Positiver aufgefallen als ein anderer Film, sondern, es ist, es ist genau die Mitte, es ist ein, ja, das war nett, jetzt gehe ich nach Hause, und denke vielleicht noch 2, 3 Stunden darüber nach, und dann war es das aber auch. Vielleicht so als Vergleich, gibt es einen, gibt es andere Disney-Filme, die auch, äh, so auf diesem Level liegen, was du gerade, wie du gerade nennen könntest? Ich fand, ähm, ich habe Encanto auch auf jeden Fall da, okay, ähm, da habe ich wirklich, da war ich ja auch bei einer Vorführung. Also alle, die Encanto mochten, ihr werdet, ihr werdet beschwöken, außer ihr heißt Alina, nein, Spaß. Aber es war halt auch so ein, ich habe wirklich, ich kam da raus, ich habe die Rezension geschrieben, ähm, habe nicht mehr über diesen Film nachgedacht, bis es auf TikTok total viral gegangen ist. Und das war wirklich dann das erste Mal, dass ich wieder mit diesem Thema konfrontiert war, und ich dachte, ach ja, da war ja was. Und jedes Mal jetzt wirklich immer denke ich, wo ist der Disney-Film aus dem Jahr? Ach stimmt, Encanto. Also ich habe es so ein bisschen vergessen, mit älteren Filmen müsste ich jetzt, um echt zu sein, etwas gucken. Ich glaube, kontroverse Meinungen, aber ich habe, ähm, Chicken Little bestimmt auch drei Sterne, also fünf von zehn gegeben. Okay. Okay. Ich habe aber auch immer das Hörspiel gehört, der hat ein bisschen, äh, Extrapunkte. Aber den vergesse ich auch regelmäßig. Also so, wenn ich nicht aktiv mit jemandem drüber rede, mir würde der nicht einfallen, von einer anderen. Ja, okay, verstehe, verstehe. Und bei dir? Okay, bei mir, ähm, ich bin, du hast mir ja verboten, halbe Sterne zu vergeben. Ja, man erfindet kein Rating, kein Rating-Skala und macht halb. Okay, dann gehen wir auf eine Zwanziger-Skala. Ja, dann so und dann so. Nee, ähm, okay, wenn ich gezwungen werde, keine halben Sterne zu vergeben, dann wäre ich bei einer sechs von zehn tatsächlich. Eigentlich, ich hätte, ich glaube, ich hätte sechseinhalb gegeben, tatsächlich, aber dann, dann wird es eine sechs tatsächlich. Ähm, ja, wie gesagt, es war für mich irgendwie so, es war so seichte Kost einfach. Es war, weiß nicht, ich, ja, also, du hast das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, ich kann es nicht besser sagen als du, wenn ich ehrlich bin, außer, dass ich die Songs ja ein bisschen besser fand als du. Und das ist dann der extra Stern, schätze ich, keine Ahnung. Aber die Songs sind halt auch, die sind nett. Ja. Werde ich mich in einer Woche dran erinnern können? Nein. Also, wie gesagt, ich kenne mich, ich werde die Songs jetzt wahrscheinlich auch heute Abend dann in Deutsch und auf Englisch noch einiger Mal laufen lassen. Ich werde dann auch so ein bisschen entscheiden, okay, welche Version finde ich jetzt besser, welche finde ich schlechter, das ist immer so ein kleines, so ein kleines Ritual bei mir. Welche kommt in die Playlist, welche nicht? Ja, sozusagen, sozusagen, genau. Das war jetzt, das war in den letzten Jahren eigentlich immer relativ eindeutig, meistens Englisch tatsächlich. Ja. Ähm, bei Encanto, muss ich sagen, hat sich das ein bisschen gebrochen. Da habe ich dann tatsächlich auch einige Sachen, die, die ich auf Deutsch besser finde. Ähm, Druck, äh, Surface Pressure finde ich auf Deutsch tatsächlich cooler, nicer, obwohl ich, also ich finde es auch auf Englisch super, aber ich finde in der deutschen Version, in der deutschen Stimme liegt einfach nochmal mehr Kraft und gleichzeitig auch Emotion. Also, finde ich wirklich super, super toll. Ähm, aber dann, weil sind die andere Songs, also, We Don't Talk About Bruno ist dann halt auf Englisch wieder. Also, ich weiß nicht, da war es halt mal, mal so, mal so. Und jetzt vom ersten Mal, ähm, hören bei Wish kann ich es noch gar nicht wirklich sagen, wenn ich ehrlich bin, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auf jeden Fall nicht sicher, aber. Ich bin gespannt. Wir werden es ja sehen. Ich auch. Vielleicht wird es auch wieder Misch werden. Wer weiß, wer weiß. Ja, aber ich denke auch, ähm, was wir halt so stark kritisiert haben, Thema Easter Eggs, ich glaube, jemand, der Nostalgie liebt, der da wirklich gerne sich an die alten Disney-Filme erinnert, und irgendwie auch, ähm, er das einfach irgendwie schön findet, der Disney eher mit Kindheit verbindet, ähm, ich glaube, der hat auf jeden Fall Spaß an dem Film. Ich glaube, man kann den gut mit seinen Kindern gucken. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das, das klingt jetzt so, aber das wühlt die Kinder auch nicht zu sehr auf. Also, ich glaube, die können sich da auch noch gut konzentrieren, weil die Story halt eben etwas schneller läuft. Ähm, ich glaube, es ist schon ein netter Kinobesuch. Ich würde jetzt nicht sagen, mein Gott, geh bloß nicht an den Film. Also, ich würde schon sagen, ach, ihr wollt ins Kino gehen? Ja, geht doch mal ein Wish, guckt euch das doch mal an. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, wenn man Interesse an dem Film hat, äh, und das hat man als Disney-Fan ja, äh, so grundsätzlich irgendwie schon so ein bisschen, äh, dann finde ich schon, also sollte man sich dann auf jeden Fall anschauen, auch, auch ruhig im Kino, weil, wie gesagt, es ist schon, es ist irgendwie schon ein anderes Erlebnis, als das jetzt, äh, ich weiß nicht, als das jetzt meinetwegen ein Encanto und Strange World und sonst was war. Also, allein, wie gesagt, eben durch das Thema Animation mit der Musik und sowas alles, ähm, ich weiß nicht, das macht schon irgendwie nochmal einen anderen, anderen Vibe aus, schätze ich, und Kinobesuch ja sowieso immer, wenn man ehrlich ist. Wir müssen Kinos unterstützen, sehr wichtig. Das, das auf jeden Fall, ähm, aber ja, ich würde auch, also wie gesagt, ich würde auch eher so ein bisschen die jüngere Zielgruppe sehen und die, die sich halt, ähm, ja, einfach von Trailern und sowas schon angesprochen fühlen und, ähm, ich glaube, da hat man echt ein ganz gutes Bild, glaube ich, drauf. Also, ich glaube, wem der Trailer gefällt, der wird den Film eigentlich ja auch, ja, ich glaube, das hat ganz gut zusammengefasst, das stimmt. Ich kann mir auch ehrlich nicht vorstellen, dass jemand den Film irgendwie ganz schlecht oder so findet. Ähm, ich glaube, es ist eher von neutral bis gut, so, wenn man dann hinterher rausgeht. Ja, okay, sehr cool. Dann würde ich sagen, schließen wir unsere, unsere allererste Folge und unser allererstes Special auch gleichzeitig, ähm, ab mit einer Frage in die Community. Das heißt, wir stellen euch jetzt eine Frage und eure Antworten werden in der nächsten Folge, äh, die besten natürlich dann eingespielt werden und wir machen zum Start jetzt auch was ganz Besonderes, weil es wird nicht nur eine Frage, sondern wir machen auch gleichzeitig eine Verlosung, wir machen auch ein Gewinnspiel, natürlich zu Wish, mit freundlicher Unterstützung von Disney Deutschland, die die Preise gesponsert haben und wir möchten gerne von euch wissen, wir haben es eben schon mal angesprochen, was eure liebsten Disney Easter Eggs und oder Referenzen in Wish sind und ihr findet bei Instagram at Disney Central findet ihr den Post zum Podcast und unter diesem Post könnt ihr dann kommentieren, äh, ja, eben welches eure, ja, euer liebster Easter Egg ist und was könnt ihr gewinnen, ist natürlich immer sehr interessant, sehr spannend, wir verlosen zwei Fanpakete zu Wish, die bestehen aus einem Sternknautschball, der Stern ist der beste, das wäre was für dich, einem exklusiven Pin und einem Schlüsselanhänger, da gibt es zwei Fanpakete von, Abbildung davon gibt es dann eben auch in dem Gewinnspielpost auf jeden Fall und wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, gibt es sogar noch eine Chance für euch, wie ihr eure Gewinnchance verdoppeln könnt, wenn ihr nämlich eure Antwort, also die liebsten Disney Easter Eggs, als kleine Sprachnachricht, als aufgezeichnetes Memo an uns schickt per E-Mail an team at disneycentral.de dann habt ihr eure Gewinnchance direkt verdoppelt. Ja, der Einsendeschluss ist übrigens am Sonntag, den 3. Dezember um 23.59 Uhr und die Teilnahmebedingungen findet ihr auf disneycentral.de und der genaue Link ist dann auch nochmal in den Shownotes hinterlegt. Ja, die schönsten Antworten spielen wir dann in der nächsten Folge ein auf alle Fälle und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall auf die Antworten. Ich auch. Viele Antworten bitte. Wir müssen alles wissen, da sind ja einige. Es gibt auf jeden Fall genug Auswahl. Ja, Alina, hat mich gefreut, dass du in der ersten Folge dabei warst. Hat mich auch gefreut. Danke, dass du dabei warst. Ich muss ja. Überraschung. Hat es dir Spaß gemacht? Sehr und dir. Sehr cool. Nach der ersten Folge das Feedback, finde ich. Ja, also am Anfang war es so ein bisschen so, oh mein Gott, was machen wir hier eigentlich? Aber ich glaube, wir haben dann unseren Flow ein bisschen gefunden. Also ich fand es cool. Ich fand es auch cool. Und ich hoffe, die Zuschauer fanden das auch cool. Ich hoffe. Bitte nur gutes Feedback. Direkt wieder einschalten. Die Episoden von Disney Central Live Calling All Dreamers gibt es immer einmal im Monat und zwar am ersten Freitag des neuen Monats zu hören. Mehr Infos natürlich auf DisneyCentral.de und natürlich auch ganz brav folgen auf Instagram at DisneyCentral.de und im Grunde auch bei all ziemlich allen anderen Portalen mit demselben Namen. Twitter, Entschuldigung, XX, whatever, Facebook, YouTube. WhatsApp. WhatsApp-Kanal, stimmt. Da gibt es auch bei Instagram in den Story Highlights den Link zu. Der ist exklusiv. Den gibt es nur da. Genau. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne bei Patreon. Da sind wir auch aktiv. Da könnt ihr auch gerne unterstützen. Was haben wir noch? Newsletter haben wir noch? Oh Gott. Also ihr findet uns überall. Überall ganz viel Disney-Stuff. Ja, jedenfalls vielen, vielen Dank und das war's. Bis zur nächsten Folge von Calling All Dreamers.